Leute, 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 was war das? Das glaubt doch wieder kein Arsch, jetzt mal ohne Witz, das glaubt doch kein Arsch. Das war ja wohl eins der heftigsten Finishes der YPC-Super-Duper-Karrieren, Alter, ohne Witz. Puh, ich muss mich erst mal... Das Ende war mir sogar ein bisschen zu unhypig. Wisst ihr, eigentlich hätte da die größte Party des Lebens stattfinden müssen, als Spoiler-Gefahr, Leute. Spoiler-Gefahr, ich rede hier über den YPC-Best, wer schafft das Halbfinale? Folge Nummer 6 aus dem YPC-Best 23. Und noch ein Spoiler, Turkelton hat Koronski und den geht es richtig dreckig und deswegen bin ich wieder alleine hier. Tut mir leid für alle, die in den letzten Kommentaren geschrieben haben, ey, dein Solo-Talk ist es nicht. Wir mögen lieber den Doppeltalk und Grüße gehen auch an die, die gesagt haben, cool, dass du trotzdem auch Solo durchziehst. Das freut uns sehr und deswegen bin ich hier, Leute. Deswegen bin ich hier. Der Talk findet natürlich trotzdem statt. Und alter Schwede, aber das war ein Finish der Extraklasse. Eine wunderschöne Folge, wahrscheinlich in meinen Augen vielleicht sogar mit die beste Folge der letzten sechs. Könnte ich mir sogar gut vorstellen. Ich glaube, es war für mich die beste Folge der letzten sechs. Und bevor ich anfange, ich sage erst mal, wer weitergekommen ist, Leute. Abo Garcia, Redfin, 13 Fishing und Zek. Leute. Und es war am Ende so ein harter Kampf um Platz 4, als auch um Platz 3, wo CWC lange Platz 3 gehalten hat. Und dann kamen dann hinterher 13 Fishing und Zek mit dem letzten Wurf von Eule mit dem Danny. Kommt, kommt, Leute. Das kann doch nicht sein, Alter. Das ist so geil. Das ist so geil und krasses Finish. Das ist unglaublich. Wenn der Barschpapst am Boot ist und den Barschjünger, den Köderfischpaten, erzählt, ey, fang mal dicke Basses. Yo, Eule, was brauchst du? Köderfische? Yo, Johannes, so mal. Yo, Johannes, was brauchst du? Köderfische? Ja, ungefähr so zwei Kilo. Mach ich. Gib Danny. Gib Danny. So gut. Wirklich. Und die haben dabei nicht mal eine Fullcard. Ey, nicht mal eine Fullcard. Aber durch zweimal YPC-Rekord ist es halt so, als hätte man gegenüber den anderen Teams halt gefühlt noch einen extra Fisch gefangen. Und deswegen ist es mit 10,74 direkt weiter. Mit 10,74 Punkten. Und nicht nur, dass sie nicht keine Fullcard haben, sondern auch nicht den Topwater-Punkt. Den zweiten. Und deswegen, alter Schwede. Wenn man das so bedenkt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wer da noch mit ins Finale reinkommt. Abu Garcia vollkommen verdient gewonnen. Ich fand Mike Iaconelli in dieser Folge richtig gut. Wirklich der... Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Erste Folge, komplett erschreckend. Wie halt so ein Kulturschock. Als wenn man mal eben eine Woche Urlaub in Japan macht. Oder eine Woche Urlaub in Amerika. Oder sonst so. Du bekommst einfach erstmal einen Kulturschock. Oder wenn du daher wieder zurückkommst. Mike Iaconelli mit dieser geilen Einlage. Aber da nimmt er sich auch selbst aufs Korn. Und meinte, ey, ich weiß selbst nicht, warum ich den Scheiß gemacht habe. Ich hab den Scheiß einfach gemacht. Und wenn mich das schon verwirrt, dann wird es mein Gegner auch verwirren. Also mach ich den Scheiß. Fand ich mega. Fand ich mega. Hab ich sehr, sehr, sehr gefeiert. Alessandro Villari am Ende mit dem Rap. Mit der Rap-Einlage. Und dazu hat er endlich wieder gesagt, Bassfishing is the new Hip-Hop. Sein Signature-Slogan, den er letztes Jahr auch schon gebracht hat. Alessandro. Sehr, sehr geil. Redfin hat endlich gezeigt, was sie wirklich können. Denn letzte YPC-Bass-Staffel blieben sie leider auf der Strecke. Kenny Yobi und Martin Reumann mit 13,52. Boom. Richtig, richtig stark. Nur drei Fische unter ein Kilo. Ey, und wenn man dann nochmal hervorhebt, dass Abu Garcia nur einen einzigen Fisch unter einen... Habe ich gerade nur drei Fische unter drei Kilo gesagt? Unter ein Kilo, meine ich natürlich. Wenn Abu Garcia, wenn man dann vorhebt, dass ein Fisch nur unter ein Kilo war, ist krass, ne? Ist krass. Und 13 Fishing. Junge, Junge, Junge. Haben die sich da nach oben gekämpft? So, so geil. Hat mich sehr, sehr gefreut. Clemens Frank und Marcel Weigel mit einer geilen Ausbeute von richtig guten Fischen mit 11,43 am Ende. Zeig mit dem letzten Wurf. Ich komme mir immer noch nicht drauf klar, Leute. Ich komme mir immer noch... Ich saß da und es wurde überhaupt gar keine Stimmung aufgebaut. Gar kein Hype mit dem letzten Wurf von Eule etc. Dies, das. Und dann dachte ich schon die ganze Zeit, ja, okay, es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Johannes stand da auch so... Ich meine, die hatten ja auch gar keinen Plan, was abgeht. Aber für den Zuschauer wirkt es einfach so... Fuck it, Alter. Ja. Haben die jetzt noch einen Fisch, aber reicht nicht, Alter. Und dann reicht dieser Fisch, Leute. Und wie sich Eule gefreut hat am Ende. Oh, das war so stark. Das war so stark. Das, ey. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Ich habe natürlich auch noch ein paar Notizen gemacht. Dinge, die ich noch ansprechen wollte. Ich meine, warum Westin jetzt letzter geworden ist, ist das klar, oder? Eine Banane am Boot. Auch wenn es ein Rumor ist und viele Leute sagen, ey, ich habe mit Bananen schon irgendwelchen PBs gefangen. Wie ist das? Ey, Leute. Banane am Boot. Ist Banane am Boot. Da fängst du einfach nichts mit. Wenn ich mit Panty unterwegs bin angeln, der macht Taschenkontrolle. Weil ich einmal eine Banane mit in Holland hatte und wir haben den ganzen Tag geschneidert. Banane am Boot ist Banane am Boot. Ist einfach so. Dann fand ich überhaupt die ganzen Jokes. Ich meine, man muss sie mögen. Das waren alle so Dad-Jokes, mäßige Jokes. Aber ich habe mich totgelacht, Leute. Ich fand sie so geil. Allein mit so einem Johannes-Dietl-Spruch. Firetiger. Very German. Dicker. Ey, ich lag am Boden verlachen. Do you know why this is a French boat? Because we have Croissants in here. Leute, wie gut war es mir. Ich habe übrigens gegoogelt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen auf Englisch. The squirrel has a hard time feeding itself. Habe ich jetzt noch nie gehört, dass jemand benutzt hat. Aber ist wohl das Sprichwort. Was ich noch mal gut an Mike Iocanedi fand, ist auf jeden Fall, ich fand, dass Mike ganz dezent durch diese Folge auch geführt hat. Für sein Team als noch allgemein, indem er zum Beispiel Filler-Shots angekündigt hat, indem er Kultur angekündigt hat, etc. Und dass er selbst noch mal angepriesen hat, wie geil die Kultur von einem Europa eigentlich ist, im Gegensatz zu einem Amerika. Und mega. Mega. Das fand ich mega. Ohne Witz. Ohne Witz. Wenn das so weitergeht, Mike, dann kann ich über das Schreien auch komplett hinwegsehen. Über das Fish Handling natürlich nicht, aber über das Schreien kann ich absolut hinwegsehen. Also, muss man sagen, top einfach. Top. Ich fand den Westin-Doppeldrill auch nice. Ich habe mir jetzt keine Minute hier aufgeschrieben, aber Westin hatte irgendwann einen Doppeldrill. Und ey, das war auch richtig, richtig cool. Da war auch die Mucke-Untermahlung, also die Musik war stark, wie gut die beiden das gehandelt haben. Den anderen Fish noch im Kescher gelassen, dann den anderen reingekeschert. Einfach tiptop gemacht, ey. Muss man einfach sagen. Muss man einfach sagen. Was ich auch witzig fand, nicht nur, dass sich auch andere ein bisschen über das Geschrei von Mike Iaconelli auch ein bisschen witzig machen, wie bei 13 Fishing oder Markus Euler auch in allen seiner letzten Videos. Das habe ich beim YPC Bass gelernt. Das muss so. Ja, fand ich gut. Fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Wo ich auch noch kurz am Boden lag, war das Abschlusswort von, ich glaube, das war von Alex und Daniel. Ich glaube, oder? Ich glaube, das war von Westin, wo er sich verabschiedet hat. Und das war YPC Bass von Stephen Hawking und Alex, Alter. Diese YPC Bass-Folge war für mich tatsächlich die beste der letzten sechs. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, Leute. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe alles dazu gesagt. Bass-Fishing ist the new Hip-Hop, Leute. YPC Bass, Folge Nummer sechs. Schreibt ruhig in die Kommentare rein. Wie fandet ihr das Finale? Also, so spannend es noch war, desto unspannender wurde es inszeniert, würde ich sagen. Aber war trotzdem noch geil. Und Zack, 13-Fishing, Redwing, Abu Garcia, weiter. Ich bin gespannt, wen wir dann ab nächsten Donnerstag schon, glaube ich. Donnerstag ist schon der nächste Folge. Dann auf dem Weg ins Finale sehen. Und am Sonntag sehen wir dann komplett weiter. Kommt gut in die Woche, Leute. Falls ihr im Wasser seid, ein dickes, dickes Petri. Das allerwichtigste ist, bleibt gesund. Und gute Bestenung auch an Turketten. Ich hoffe, du bist bald wieder fit. Dich hat es echt erwischt dieses Jahr, ne? Unglaublich. OP. Jetzt Koronski, Schmoronski. Bruder, ey. Lass mich doch hier nicht so hängen, ey. Kuss geht raus an euch, Leute. Euer Dan. Falls ihr im Wasser seid, dickes Petri. Allewichtigste, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao und dicke Props an Hecht und Barsch für diese geile Folge.